Und damit meine Lieben, willkommen zurück zu der neuen Folge Chaos Waste. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben die unendlichen Mordkonsbomben, wenn wir die nach und nach werfen, natürlich. Es wird interessant, auf jeden Fall. Und wir haben einen der richtig guten Boons, wo wir nicht direkt sterben können. Sigma Intervention wäre noch cool. Ich habe mir jetzt bei dem letzten Boon-Dingens gedacht, jo, ich hole mir erstmal nichts, da gibt es nichts Gutes. Ich gucke mal, was das hier für einer ist. Mal gucken. Irgendwas Schöres. Geteiltes Leben. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Das, oh, und da ist unser, unser Plan geht scheinbar auf. Der Plan ist nämlich, dass wir die Handgun hier upgraden. Und dann werden wir mit der geupgradeten Handgun vielleicht was Gutes bekommen. Aber wahrscheinlich nicht. Also, ich, mal so wie es eigentlich immer läuft. Schlechtester Trade, den es jetzt gibt, haben wir. Oh, na. Oh, oh. Oh, shit. Wir können schneller nachladen. Oh mein Gott, das ist ja genial. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, shit. Wait, what? Wir können... Warte, 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 warte. Wir konnten gerade... Ah, wir konnten, weil wir unsere Munition aufgesammelt haben, dann direkt wieder schießen. Was ist das? Oh, oh Gott, das wird lustig jetzt. Pjuu. Und jetzt wieder eins. Zwei. Oh Gott, das wird so lustig. Ich hoffe mal, wir kriegen viele Specials in irgendeiner nächsten Map. Das wird der Hammer. Aber... So. Hier mitnehmen. Und die hier wegholen. Oh Gott, das... Okay, ich hab Spaß meines Lebens gerade. Ich dachte, wir hätten irgendwie einen schlechten Trade bekommen. Aber hat sich herausgestellt, dass er doch nicht so schlecht war. So. Okay, die läuft weg. Sollen wir recht sein? Mal gucken, ist das Zorn? Lebensrauben. Wir können schießen. Und jetzt haben wir hier für ein paar Sekunden erhöhter Schuss... Naja, was heißt denn erhöhter Schussrat? Sag mal das so. Ich denke. So, mal gucken, dass wir die Munition mitnehmen. Und ein bisschen unsere Mates hier treffen. Das ist auch ganz gut. Pjuu, Pjuu, Pjuu. Okay, das ist schon nice. Oh mein Gott, wir können einfach... Wir können... Es gibt so viele Specials drauf. Immer wenn wir hier hochholen... ...können wir anscheinend direkt wieder schießen. Das... Verdammte Kacke ist das genial. Oder stackt das? Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht stackt. Das wäre auch möglich. So, hier. Wir haben nur noch eine Waffe gerade. Wir haben nur noch unsere Handgun. Nur noch unsere Handgun. So, okay. Mal sehen. Wir sind bei 1. Ich glaube, das ist, weil das wirklich stackt durch unseren Munitionskit. Oh Gott, ich habe hier gerade zu viel Spaß. Oh, ich schieße mich so auf Kruba an. Sorry, Kruba. Sorry, ich habe zu viel Spaß. So, werfen wir mal eine Bombe hier rein. Und dann holen wir mal hier ein bisschen was weg. Und dann holen wir mal unsere Maid hier hoch. Wir können Kruba hier holen. Wir sind noch ein bisschen immun. Wir können Kruba auch heilen. Wir sind hier noch ein bisschen immun. So, da müssen wir aufpassen. Okay, alles gut. Oh, warte, das ist jetzt mal Victor. Sorry. Ich werde mal hier meinen Drank an Victor geben, sobald er mal leer keinen Drank hat. Und viel zu unvorsichtig gerade. Ich habe viel zu viel Spaß mit unserer Handgun. Viel zu viel Spaß mit unserer Handgun. Viel zu viel Spaß mit der Handgun. Wenn wir Munition mitnehmen, können wir wieder direkt so viel schießen. Also, ich habe echt extrem Spaß gerade. Es kann manchmal so schön sein. Und? Überhöhte Heilung um 50. Oh, das ist doch ziemlich nice. Das ist ziemlich stabil. Stiemlich solider Wun. Mal gucken, ist hier die Kiste hier draußen? Nö, sieht nicht so aus. Ist hier irgendwas? Nö, sieht auch nicht so aus. So, einmal Munition haben wir genommen. Ah, schnell wir... Also, ich kann ja... Und jetzt können wir richtig schnell schießen. Ja, es scheint so, als ob der hier... Also, ich... Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum wir hier ein paar Mal so extrem schnell schießen konnten und warum nicht. Aber es ist nice. Es ist ziemlich nice. So. Wir gucken mal hier ums Eck ganz kurz, bevor wir die Kiste machen. Vielleicht gibt es hier noch was zu mitnehmen. Oh, gibt es noch mal Munition? Das ist gut. La, 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 la. Wir werden mal hier eine Bombe hin. Machen wir uns mal hier unsichtbar. Und dann machen wir hier nur mal... Schießen wir einfach nur die ganze Zeit. Sollte gut genug funktionieren. Vielleicht nicht im... Im Nebel stehen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt getroffen werden. Wir sind immun, solange wir hier... Nicht zu viel Schaden einstecken. So. Und dieses Tube ist auch genial. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt dürfen wir keinen Schaden bekommen. Gehen wir mal schön hier rein. Und trinken mal... Den hier, denke ich. So, mal gucken. Boom. Fliegt weg. Nice. Find ich gut. So. Das Leben bekommen wir gerade so zurück. Das ist gut. Genommen. So. Da ist auch wieder was. Da oben ist eine Gasratte, die wir nicht wirklich gut bekämpfen können gerade. Oh, hier ist noch eine Gasratte. Nice. Ich lasse mir die Munition mal ein bisschen liegen gerade. Direkt aufgesammelt. Als ich gesagt habe, ich lasse liegen. Ich versuche hier Makuba nicht zu treffen, aber das ist relativ schwer, wenn die Mates so rumzittern. Oh Gott. Das ist viel zu gut. Das ist viel zu gut gerade, was wir haben. Oh, wir müssen hier die ein bisschen abschießen. So, alles in Ordnung. Wir können hier... Wir haben eine Bombe hingeworfen. Die wird sich hier um alles kümmern. Wir kümmern uns mal hier um die Dingens. Dann holen wir irgendwas, was es hier gibt. Weniger Schaden. Ich weiß nicht, ob es als ein Drang zählt. Aber ich habe es mal mitgenommen. Oh, ich muss hier aufpassen. Hier ist ein Assassiner drin. So. Oh, ich kann nicht mehr pushen. Okay. Ich muss mal hier mich bedanken. So, wir müssen mal aufpassen, dass wir hier gleich weglaufen. Also weggehen. So, dann nehme ich mal die Fackel hier mit. Stückchen zumindest. So, da hinten ist eine Kiddies weg. Neus. Ich laufe hier durchs Poison durch. Kann mich nicht stoppen. So, gucken wir mal. Das ist ein Mediket. Das ist ziemlich nice. Wir sind mit mir die Bubble hier auf. Verdammt, ich nehme mir mal den Drang hier mit. Egal, was es ist. Wir haben 50% mehr Drang. 55% mehr Drang. Ich rede mal heute wieder besonders gut. So, ich meine 50% längere Dauer vom Drang. Die Moskete schießt die ganze Zeit. Ah, es ist genial. So, das tat vielleicht jemandem ein bisschen weh. Ich hoffe nicht. Dann können wir nochmal hier ums Eck gucken. Oh ja, hier gibt es nochmal Münzen zu mitnehmen. Das ist nice. Ich gehe mal direkt nach hier oben. Ich möchte hier nicht irgendwo blöde stehen. Und hier auch nicht vielleicht die Handgun in die Hand nehmen. Hier ist eine ganz gute Position. Ich nehme die Fackel nochmal ein paar Meter weiter. So. Gucken wir mal. Irgendwo ist ja dann auch ein Assassiner. Ich bin mir nicht sicher, wo genau. Oh, da hinten ist er. Ich kriege den früher oder später. Okay, hab ihn. Nice. Oh je, das ist echt viel zu lustig hier. 50% mehr hier Nachladegeschwindigkeit. Pew, pew, okay. Ich bin nicht gesp... Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekomme, dass ich hier direkt zweimal schießen kann. Ob das ein Bug ist. Wäre kein Wunder. Würde mich echt nicht wundern. Bang, bang. Und wir haben immer noch einen Schuss drin. Naja, es ist... Es ist gut. Es ist sauspaßig. Und wir haben die Kiste doch noch vor uns, oder? Haben wir? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. War kein Boon. Das war kein Boon, was wir bekommen haben. Das war nur... Was? Das war hier nur eine Dingens. So, ich will auch mal hier hinten gucken. Vielleicht gibt es hier... Oh, jetzt bin ich auch hier runtergefallen. Okay. Ich gebe es hier nämlich noch was, aber es sieht nicht so aus. Nö. Nix, nix, nix. Oh, doch, Munition. Mal gucken. Können wir hier noch schneller schießen, wenn wir... Naja, es sieht nicht so aus, wenn wir mehrmals nehmen. Geht nur einmal. Stackt nur einmal. Okay, ist aber nicht weiter schlimm. Oh, da ist unser Monster, was uns Leben gibt. Okay, das ist gut. In der Theorie können wir auch nochmal runtergehen. Wenn wir hier runterspringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann... Hallo, Mr. Stormfeet. Haben Sie schon mal von der MoComs-Bombe gehört? Und boom. Oh, ich sollte mal hier ein bisschen aufpassen. Gibt hier gerade ein bisschen viel Schaden. Aber es ist noch alles in Ordnung hier. Denn... Wir haben immer noch unsere Dingens hier. Unsere... Oh, shit, ein roter. Verdammt, müssen wir machen. Aus dem Gleichgewicht. Oh, wenn wer abblockt ist. Das ist ja wunderbar. Nee, es ist nicht. Aber es ist in Ordnung. So, weg mit unserem Stormvermin. Warte, haben wir die Kiste schon? Wir haben die Kiste doch schon gemacht. Ich na... Und ich so, ach ja, wir müssen auch noch die Kiste machen. Nö, nö. Die Kiste ist schon fertig. So. Da ist noch ein bisschen was zum Ausschalten. Das ist... Oh Gott, das ist viel zu gut. Das hat gerade brrrr gemacht. What the fuck? Also... Okay, anscheinend ist... Ich weiß nicht. Wir schießen... Warte, was? Wenn wir anvisieren, schießen wir mehr... Was? Was? Wenn wir anvisieren, schießen wir mehrmals. Aber auch irgendwie nur ab und an. Wir müssen das Ding jetzt aufheben. Und dann? Verdammt. Ich weiß nicht, wie wir das getriggert haben. Ich hab keine Ahnung, wie wir das getriggert haben. Wie haben wir das getriggert? Wie haben wir das getriggert? Ich... Wie haben wir das getriggert? Wie haben wir das getriggert? Ich hab keine Ahnung. Haben wir das so getriggert? Nee, ich hab... Ich hab keine Ahnung, wie wir das getriggert haben. Oder ist das, weil wir hier Dinger ausschalten? Ah, ich weiß, glaube ich, warum wir das haben. Wir haben 50%. Vielleicht haben wir mehr Reload, als es geht. Das könnte sein. Okay, das müssen wir testen. Das heißt, wenn wir Munition aufsammeln in der nächsten Folge... Und wenn wir dann auch noch durch mehrere durchschießen, können wir anscheinend so brrrr schießen. Okay, das müssen wir ausprobieren. Wenn das wirklich so ist... Das ist ja der absolute Hammer. Das ist ja das lustigste Bild seit langem. Das müssen wir ausprobieren in der nächsten Folge. Aber erstmal gehen wir noch in der Folge hier einkaufen. Wir können jetzt alles kaufen, was wir wollen. Ich muss mal hier schreiben. Eine Handgun goes brrrr. Wir haben 50%. Wir haben Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit müsste ja auch noch dazu beitragen, dass wir schneller nachladen, meines Wissens nach. Ich glaube, irgendwie 15% von Baden. Dann haben wir nochmal 15% oder so von dem Dingens hier. Wenn wir mehrere Hitten waren... Ich glaube, es waren sogar 30. Überschreiten wir da gerade so eine kritische Schwelle? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auch wenn wir nicht getroffen werden, machen... Das nehmen wir mit. Es ist nicht so, als ob wir nicht getroffen werden, aber... Wenn das gleich wirklich klappt in der nächsten Folge, könnte das echt hammerlustig werden. Wir müssen Munition aufsammeln und dann reinschießen. Oder nee, wir müssen erst in die Horde reinschießen und dann Munition aufsammeln. Und dann müsste es lustig werden. Okay, das müssen wir ausprobieren. Es ist saulustig, muss ich sagen. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, wie das dann läuft in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht haben wir einen Bug in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.